Die Bibel Die Geschichte der letzten Mal gab uns ein seierklaret Bild, wo ein Mensch seine Familie verdorfen und verlieren kann. Laut wird das Beispiel. Dann gab ich noch ein paar Rotschläge, wo einer dort verhindern kann. Das erste und allerwichtigste ist, dass wir selbst erste Mal ans Hort den Herrn Jezus übergeben. Dadurch, wo wir nie geboren, in der Heilige Jezus kämpft und ans Horten nennen. Dann haben wir den rechten Grund, worauf wir unsere Familie auch abtragen können. Das zweite wäre, dass wir aus Männern unser frühes wirklich live bewiesen würden und dass wir andere doch seien und bewiesen. Und das letzte wäre, dass wir unsere Kinder über die Schrift unrechten, dass wir an Lehren beten, in wann sie gerater wollen, dass wir an in unsere Gemeinden, dass mehrlich mögen, aus Jügen taubt zu kommen zum Singen, die Bibel zu lesen und auch den Haaren zu deinen. Junge Menschen, wenn sie Jesus angenommen haben, können sehr viel mithelpen, so als äuble oder kranke Menschen zu besiegen und für an zu singen. Auf diesen Weg leert die Jugend, was geschieht, in ihrer Gesellschaft ordentlich immer und gar steckt uit. So kann ich von laut lernen, dass wir dort nichts zu tunen als heute. Du bist auf den Weichn um Himmel, und den Heilen, ZANG EN MUZIEK 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 ZANG 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 MUZIEK Nun dachten sie viel mehr, an Jesus zu deinen, als an Geld zu merken. Sie wurden nun sehr besorgt, über ihre Kinder. Sie können für die Beden in ein Trauwen den Weg nur Jesus zu wiesen, aber das jängt nun nicht so leicht. Wot wir hier sein in es, dass Gott unsere Sünden verjäft, aber die Folien von unseren Sünden, mit wie Färken noch her, noch lang drehen. Wir lesen da nun in Kapitel 21, 15 wieder, und jetzt sagst du, Das ist ein sehr bedreckendes Bild, nicht wahr? Wo schlecht, mit der Hagar, die gegangen sind, wird untersehen. Ohne Zweifel hat sie hier auch all ihren Glauben verloren, über das, was Gott ihr wer in Ismael versprochen hat. Gott hat ihr gesagt, er wird von Ismael auch ein Grautet Volk merken. Diese Geschichte merkt mir an uns Menschen denken, was kriegt zu handeln aus der Hagar. Platzlich stoffen wir auch alle an große Schwierigkeiten. Wo leicht verjät uns dann die Glauben an Gott seine trüe Halb. Dort jafft ein sehr feiner Spruch, wort eine große Wahrheit ütdreht. Das Spruch sagt so, Du im Desteren niemals dort betwiebeln, wort Gott die im Licht gesagt habt. Ich sage das noch einmal. Du im Desteren niemals dort betwiebeln, wort Gott die im Licht gesagt habt. In andere Wieden, wann wir in Trübel sind, soll wir niemals Gott seine Halb betwiebeln, wort wir in Goude Dau so fürken erlebt haben. Sei einmal still, denn mutlos ist dein Herz. Lass Tränen fließen, weil du schuldig bist. Anstatt zu reden, anstatt zu lachen, Du empfindet Traurigkeit und tiefe Demut sei in dir. Denn wenn du innerlich ganz hilflos und am Ende bist, ist er dir nah. Ist er dir nah. Ist er dir nah. Denn wenn du innerlich ganz hilflos und am Ende bist, ist er dir nah. Ist er dir nah. Bleib einmal stehen im Tempo deiner Zeit. Sei einmal still, dass Gott sprechen kann. Vor ihm gilt nur Aufrichtigkeit und nicht ein leeres Wort. Und nicht ein leeres Wort. Mit dir zu reden, ist er da. Denn wenn du innerlich ganz hilflos und am Ende bist, ist er dir nah. Ist er dir nah. Ist er dir nah. Ist er dir nah. Wandert hier auch so leid, als wandert met Hagar in Ismail uitweer, haut Gott noch moich roots angefangen. Wann wir auch all ganz am eng sind, haft ans Haar noch moich roots angefangt. Hai haft immer rot und wurde keinen jeft. Vers 17 sagt dann, Gott oberheert die Stärm von den Jungen. Dann raubt die Engel vom Haaren die Hagar in Seed. Wot ist die Hagar? Habt keine Angst. Gott haft die Stärm von dem Jungen geheert. Stoh ab und nimm den Jungen wie der Hund. Erg wo am Tauen graut und folgt mögen. Dann mögt Gott er die Uren ob und sie sachen Barm mit Wotter. Dann schabt sie mit dem Schlauch Wotter und gauft den Jungen zu trinken. Dit wird dann die Auffang von ein ganz neid Kapitel für Hagar. Sei bleift doa in der Wiese von Paaren wohnen und tragt doa ihren Jungen ab. Die Bibel sagt, hai wart ein jäher, wo zäher Gott met den Bären scheiken kon. Met die Tiet befriedt he sich met ne Ägypterin. Nur dessen Wot ans nicht meier viel ewer Ismael gesagt, wils Gott Isak in nicht Ismael bestämt hat, die No-Folje in die Uw von Obrom zu sennen. Hei soll der Janja sennen, von dem dort nie Volk Gottes komme soll. Wot Gott ober Hagar versprüchen hat, dort hielt er auch. Ismael wart auch die Foder von ein seier grautet Volk. Dort sind von der all die Arabische Välter. Nu go wie treg no Obrom. In seinen wo sich dort mit Am dan Ram naam, no dem die Hagar in Ismael was gescheckt hat. Wie gönne nu in Kapitel 22 wieder in seinen door den nächste ober auch dich raadste prauf. Obrom sin glauben wie al verkan über prauf gestalt worden ober noch nie muss so seier os hier in dit Kapitel. In Vers 1 von Kapitel 22 steht und dort kommt so Ram nur diese Dinge dort Gott Obrom priefen deit. He seht am Obrom und er antwoord hier se ich und dann seht die her nimm dienen sehen dienen einzigen den du fehl rekenst den Isak und go in das land Moria und opfer am door aus den brand opfer op den borg wo ich die wiese war. Was Gott hier von Obrom verlangt es sei schwer zu verstohnen. Besonders wenn eine Doron denkt wird die Heiden Felcher in Kanaan in ihre Religion deiden. Die Felcher in Kanaan bäden verschiedene Jäte an. Eint davon wie Moloch. Die Anbädung von diesen auf Gott verlangt verken dort ein Kind muss geopfert wollen. Dit wie wird schentel wird Gott immer war verdammen deit. Darum es uns diese begeben het in dort wat Gott te obrom seht sei er framt. Worum seht Gott dann te obrom he 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 soll den isa opfren wie Gott dann so was die auf Gott Moloch. Niemals. Hier wir wort ganz andret im Spell. Dort wor wir dann lot er seinen. Wie die Kononiter wird so. Dort wann sie wort sehr dringend toden wo fär seine Antwort wollen dann brachten sie dort die st was sie sich denken können und dort wie er älster tient. Mit wen ja wird die auf Gott Moloch nicht zufried sehnen. Darohin können sie nicht hoppen dort seine Antwort kriegen. Diese Kononiter mit ihrer abschaiseligen Anbetungsmoden tient obrom seier gaut. Wot Gott obrommen ober befall wir wot ganz andret. Hier red die leuven ja Gott den hei aus genedien haar tient. Dit wird de Gott wat am all diese jahren geleit in bewahrt haut. Dit wird de Gott wat am all die versprechungen gejevt haut. Besonders die versprechung von Isak. Hier jengt dott nicht doram dat obrom wat dringend van got wul en dat got der feer van am den einstchen sehn fordert. Nee, hier jengt dat am juhuersam. Auf hei gott juhuersam sehne wud wan hei dat ook ab cheinen wach verstohnen kon. Dit wir woly ne seier graute prav. has du ein Wort von Sorge weidst du nicht gut nicht gern in sitz du jede Marje beruf fange los du lebst jenst 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 frend weidst du dat hei leidt jenst sacht kam ne miz in t jenst sei am wort open wort es dort alles wort die dreht hei es am tritt sie starbe jesus der heilt wie nem schmerz hast du ein wort valt sorry weidst du hier nicht jen wenn sieht du jedoch wie alle volle mer gl captain jenst 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 her eks re Weizt du dort, heil auf dich, Jesus sagt, komm, nehm, sie mintiert, tanzst du jetzt, Jesus Christus, tanzst du so ein Freund, weizt du dort, heil auf dich, Jesus sagt, komm, nehm, sie mintiert. Wo verhilt sich Abram, os he dit hät? Vers 3 sagt uns, dann möcht Abram sich tidig zu Morgen streide, sodel den Esel ab, nahm seine Bettknecht smetzig in sein Sehn Isak. Er späult halt für das Brandopfer und mög sich auf dem Weg nur das steht, was Gott ihm gesagt hat. Am dritten Tag haufe er seine Uren ab und sagt den Borg von weit auf. Was Oberum in dieser Stunde gedacht hat, weht wir nicht. Eint ist aber klar. Das wird für seinen Glauben eine sehr schwere Probe. Hier sehn aber ein paar Dinge, wort seinen angeweinligen Glauben stark unterstrecken. Erstens stund heit tidig ab in Mürksekreid. Dort ist büte jeweinlich. Jeweinlich schlür wie Menschen ernoa, wann wie nur abgehörfer uns han, wort wie schlecht lieden ten. Zweitens sei wie seinen Maut, sogar das Halt zu späulen, wort wird gebrückt worden am Isak ab dem Altor, zu verbrennen. Wo moet am dat doch jägen angewaas sein, als he dat Halt reid mög. Ohne Zwefel rekent he ganz damit, dat he seinen Seen terlaatst doch wut moeten haangeven. To seine Knechte, wat ogen bleiben, seht he, dat zij würden na dem Anbäden ware terugkomen. Wo he dat meint, ist nicht ganz klar. Dat scheint so, heig leif, dat Gott den Isak fuerts vom Daut abweichen wud. Dat bestätigt ook de Hebräerbreif im Niehentestament. In Kapitel 11, als nähendien, sagt het so, van Oberon. Heig verleiht zich dorab, dat Gott die Dautes abweichen kun. In bildlicher Rät krieg he Isak vom Daut terug. Als ze dan ungewerjes wiren, wort het nich leichter, als Isak ab einmal so asschuldig bemoigt in frug, hier is dat vier in dat Holt, ober wo is dat schob tom Brandopfer. Disse wierder motten Oberon so zijn Maße am Hort gestoken hebben. Sine Antwort to Isak bewiesst ware, seinen storken Glauben, dat Gott am Halpe wud. He seht ganz treistlich to Isak, min seen, gott wort zich dot schob tom Brandopfer all besorgen. In se jingen bed topwieder. Endlich wiren ze ab den Borg Muria. Hier ho de Haar gesacht, sollen ze hangunen. Wot van Borg wie dat? Dit wie dieselwige Borg, wo dan fe loter de Tempel van Salomo gebuit wordt. Hier, ab diesen Borg wort dan ook de Haar Jezus gecreet zicht. Dit wie geen toefal, dat Obrom zijn een eenzjeen zijn hier zo'l als Opfer brengen. Gott brugt Obrom om een biespel te zijn van dem, wat veel joloter op deze selwe sted passeren zo'l. Hier op deze Borg wordt God ook zijn een eenzjeen zijn, Jezus, als een sindopfer voor de Sinden van de ganze wereld te om dout han geven. Dan berecht die schrijft ons en versneen, dat Obrom door een altor buid in dat hald voor dat brand opfer op vleid. Nu werd die schrijft van van de schrijft de schrijft van de schrijft van de schrijft dat hald. Dan straf hij rot zijn hand uit om dat massa te nemen als hij gott zijn stem klo had. Obrom Obrom straf die hand niet no den jong uit. Du sollst am nus stouwnen. Nu ha ik uit gevangen dat du gott färchten daist wilst du dienen sehen dienen eenzien nicht trege holen hast. Hier wier gott zijn antwoord op Obrom zijn grauten glauben. Obräck wonder nog emma wo dat meelich weer bot de laatste minuit zo'n storket vertruen am haren te beworen. De schrijft am Hebraer breif jaft ons door na antwoord. In Kapitel alf 17 but 19 sagt des schrijft isaac opferen. He de versprekjungen gekregen haod wie reit zenen eenzien sehen te opferen wan hem ook weer gesaacht worden dat zenen nog komen sollen dat isaac komen. He verleiht zich dorab dat gott de dood is abwaken kon. In bildliche reet krieg he isaac vom dood tregg. don sach obrom platzlich am struk in schobs bock onne hiener faust. Den nam hedanen opfer den en steed sin seen isaac. Don nan obrom de steed de har wort versorgen. Dot wie in seier pausender nomen wilst de har do fer gesorgt haod dot en schob in nicht sin seen stoven must. det wie dat twide graute biespill wat gott euch obrom sin juhursam de welt wiesen will. Hier ab diese steed starf vo alle menschen an de welt ucken laum en onze steed dot wie jaisus dot laum gottes. Nicht bloß bi austern oba emma soll wie doran denken dot gott sin in ihnen seen nicht verschownd so es he isaac did ober he gaf am haan vo ons alla so dat onze sinden konnen verjeeft woren en wie konnen ei wie leven haben hast du dessen her jaisus al angenomen en am doof fer gedankt dat hy for die am treed gestorven is en wan du dat noch nie gedonen hast dan mochst du vleicht dit gebet no beden wan du dit no bedst kan dat van du bij die passieren dat jaisus in dien leven kempt en die die sinden verjeft leive haar jaisus ek dank die dat du van me als op van je starven best ek dank die dat du al mine sinden verjeft ek dank die dat du dat in mine sted je donen hast ek neem die nu aus meinen rade an Amen Hast du ein Wort von Sorge weißt du nicht gut nicht gern in seht du jeder Marie wovon er los du lebst jämst tanst du Jesus Christus tanst du ein fremd weißt du weißt du what he leift Jesus sagt from the knees in tent when you you want frere on hand out of you to you to have then schrift doch no the radio station from you 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 heard have you you on me schreven on your hand it box 361 bloemen ut manitoba canada er null a null sei null a grant you all an go to here about you 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 you